ich verstehe ich hab's vorher gar nicht gecheckt du musst den Block mit dem Springen schieben um sagt mal wenn du gestört bring ich um wenn du wenn du in der Exit Ecke geschickt hast in welche Ecke muss man das denn schieben das ist das erste ist noch in der Sitz hat nichts gebracht irgendwie okay gut dann meinst du das zweite ich muss grad was trinken okay hast du es jetzt oder geht's noch weiter bei dir oder hast du schon verkackt sorry meine Motto mal eben okay warte ich mach's jetzt auch mal ich warte ich kann den ich mach den grad in der zweite Ecke ja der ist in der zweiten wie geil ich hab's geschafft in meiner ist in der ersten in meiner ist in dem zweiten Loch aber da passiert nichts ja bei mir auch nicht ich muss dann Druckplatten drücken irgendwie oder so ich wette man kann da jetzt durchfallen gleich ich wette man muss ins letzte Loch ah nein wir sind so dumm wir müssen in die Lava wir müssen in die Lava oh Junge die Lava die Lava die Lava ich denke die ganze Zeit so warte mal irgendwie erinnert es mich an irgendwas ach dieses Kugelspiel ja aber wieso hat das Kugelspiel mehrere Löcher ach nee stimmt das Kugelspiel hat mehrere Löcher aber nur eins ist das Tier auf sie okay wir sind ja dann lass mich das mal machen sonst leckt es ja tut mir leid aber wir können das so beide machen gleichzeitig das funktioniert nicht gut habe ich das Gefühl nein klar funktioniert das wir werden sowieso in einen anderen Raum teleportiert ne eben nicht so gut dann lass mal wo ist jetzt dein Name du bist wie wie macht man das denn jetzt hab ich schon wieder verkackt ich hab das grad übelgutgeschafft ich hab grad schon wieder verkackt musst du gegen das Ding laufen oder wie sieht es aus oder hübsch springt du musst springt ja aber dann habe ich ein Auslöser wieder zur Seite gemacht obwohl ich gerade aus ja hab ich auch aber ich glaube man kann das trotzdem machen aus zur Seite dann muss das irgendwie genauer machen ich glaube auf die Druckplatten darf man nicht dann ist das im Arsch dann klappt das gar nicht oh Junge das ist ja unnummern schwer hoffentlich schafft das andere Team das nicht ah dann ah das mit den äh Druckplatten ja das könnte sein gut ach du bist auch noch da das mit den Druckplatten da darf das nicht hin ne nein du darfst nicht auf ne Druckplatte treten warum ich spring da rein und es geht zur Seite was gibt's hier irgendwie so nen Reset Knopf ah auf die Druckplatten springen ist ein Reset auf welche? jetzt wurde ich raus teleportiert du egal sieh ich hab's ich hab's raus wie geil du darfst auf keine Druckplatte treten du musst einfach neben dem Block wo du äh zu dem du den schieben willst eins hoch ja einmal springen ja aber das geht nicht wenn man nicht auf die Druckplatten tritt ne von der Druck... fuck wie krieg ich den dann da raus? Kann ich dann hier so? ne ne wie krieg ich den denn weiter als das erste Loch? aha gerade eben konnte ich das wieder resetten ach das liegt vielleicht an dir dass ich resetten danke Josia ich hab den Block bewegt ich bin jetzt schon fast an der Ecke ich war schon hinter der Ecke jetzt nicht mehr ja das bringt nichts wenn wir das gleichzeitig machen weil wir uns immer selber kauft ja dann lass mich jetzt mal machen ja ja lass ich jetzt auch hatte nicht voran zu gehen so ich bin an der Ecke aber wie wie kommst du... geh mal um die Ecke und wie kannst du den Block dann ohne auf die Druckplatten zu dappen äh wegbewegen nein man muss nicht... man kann auf die... man selbst kann auf die Druckplatten treten ich bin aber nicht der Block leer den Block das ist eine Ergänze für Blut drückt da klar kann er ist echt ist bei mir noch nie passiert und dann hätte ich gesagt hätte ich fragt kommst du nicht mehr raus bewegte sich nicht mehr doch klar bewegte sich aber dann bewegt sich jetzt nach hinten du hast nach hinten bewegt wie hast du das geschafft ach du bist hm ok er war was ich jetzt teleportiert ich war so weit ich hab gar nicht teleportiert ich bin noch draußen ok dann war das das Spiel dann war das das Spiel jetzt geh bitte nicht rein ja wär sehr nett du bist ja schon drin hä? wieso... ah jetzt ok das kann auch am Serverleg liegen da muss man... so kann man den Block auch irgendwie zurückholen nein ach shit ähm wenn du verkackst hast bin ich dran wie kann man den Block... warte geht es auch so? ja ah ich verstehe hast du jetzt den Gameball äh D18 Schwierigkeitsgrad oben geändert? ich hab gar nichts gern das macht die Map alles automatisch so ah und jetzt äh mach ich hier so doch nein fuck es muss ein bisschen mehr da sein ah nein nein das bin ich auf die Druckplatte ah das geht ja das geht aber nicht der Block der darf da nichts drauf nein hä? ok mein Block macht jetzt ganz komische Sachen gerade ich hab nur ne so ein komisches Ries hier gesehen also jetzt ja warte aha ich glaub wir machen das schwieriger als das geht aber naja naja Hauptsache wir kriegen es hin ne? sagte er und fehlte pfff ne ich hab noch nicht gefehlt also jetzt bitte nicht kommen sonst ist ich bin grad richtig weit das ist schon die erste Ecke? ich bin schon hinter der zweiten Ecke ich bin jetzt bei noch zwei Ecken muss ich machen oh Junge bitte sag mir dass das klappt aah ja aber da müsste ich ja rein theoretisch drauf kommen das komm ich doch gar nicht in die Lava ja du danach kannst du kommen von mir aus aber jetzt nicht bitte nicht ganz ehrlich ey sonst muss ich dasselbe noch machen ja dann teleportier ich dich halt das ist ja nicht das Problem oder ist es für dich ein Problem das ist echt ein großes Problem Matthias ich weiß nicht was ich davon halten soll geil und jetzt? jaa er ist unten in der Lava komm du auch mal runter äh wenn er nicht zurück soll ich wirklich kommen? spring erstmal da drauf und geh da rein ja gut ich teleportiere dich jetzt einfach mal hier so was haben wir denn? tpt61 game zu creative mdl hi hallo ja mann jawoll so geht das also ich würd sagen wir machen äh ich würd sagen wir werden schon wieder zurück teleportiert ach nee ok wo war es? hey? ok wenn ich jetzt hier weiter die Blöcke die lösen sich immer mehr auf ha wie geil lass mal weiter rumlaufen und ja noch einer bei mir noch zwei noch einer so und komm aha ja hier sind Öffnungen oh die haben mich verarscht ah fuck wir müssen gar nicht laufen ah geil das geht immer weiter und du musst überlegen oh fuck nein oh fuck oh fuck ey nein nein ich hab's auch nicht geschafft oh nein ey ich werd immer zurück teleportieren dann bin ich im nichts ich schaff das nicht ach endlich so ok so ja dann äh guck hier komm mal mit so dann der Fu hä? woher kommt das jetzt? sorry ähm wieso? warte 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 äh 3 gel- 3 roh- ach 3 blau 2 rot 1 gelb wenn das was heißt warte vielleicht ähm klick mir hier auf den ich hab keine Ahnung ich mach mal klick auf den gelben Block dann mach ich hier einmal blau rot blau ding ey ganz ehrlich ich kann mein Bildschirm nicht mehr bewegen hä? warte mal ach das irgendwie ein hä? fuck aber was ist das? mit klicken kann ich nichts auslösen ich kann meine Maus nicht mehr bewegen drück mal ähm die Dingslust-Taste welche eher ruhig er habe ich schon ich kann meine Maus nicht mehr bewegen fuck ja dann ist der Akku leer dann chill mal ein bisschen äh wie soll ich das bitte machen ja Akku welchen oder hast du nur USB Maus ne USB Maus dann zieh's nochmal raus und wieder rein aber ich glaub mein Körper drück mal strenger entfernen oder so so ähm hä? okay warte ich guck mal ob wir noch äh wieder zurück kommen ich würd sagen die Maus ist her weil die leuchtet auch nicht mehr fuck dass das immer jetzt mal sein muss ja egal jetzt äh probier mal das Problem zu lösen weil ich muss die Zeit läuft sagen wir es so okay ich zieh mal raus und nochmal rein die Kacke ist am Rampfeier ah da hat sich noch was geöffnet die ja ne hier ist ein roter Raum und ein blauer Raum das heißt ich muss jetzt erst in den blauen Raum laufen mich in die Lava schmeißen und danach ne ja ok und jetzt noch warte mal was wär das denn hier hat sich bei dir irgendwas geändert okay er ist grad nicht da da müssen muss ich euch kurz und allein unterhalten alter das ist aber auch ne verflixte Map hier und jetzt rot ich probier's einfach mal aus ich schmeiß mir jetzt bei rot in Lava ja ja und dann schmeiß mich nochmal bei blau in Lava und dann nochmal bei rot und dann nochmal in blau und dann hab ich die ganze Reihenfolge abgeklappert und wenn das geschehen ist dann guck ich mal was sich beim Jusia so geändert hat weil eventuell hab ich es dann äh irgendwas geschafft Jusia bist du noch da schon wieder nach ah leiser man hört's so so Jusia ähm wenn man wieder zurückläuft da wo ich wollte grad wieder in den Gang rein aber ne da gibt's jetzt einen blauen und nicht das kommt immer noch nicht da gibt's einen blauen warte da gibt's einen anstatt einen ne warte nein nein das ist auf jeden Fall leer der Akku ist leer die Batterien da drin ja mach doch naja ja dann hoffentlich haben wir noch welche Scheiße oh Mensch ok ok aber die Datei mal läuft von daher mach du weiter ich sehe das meine Aufnahme grad richtig am Arsch ist warte mal wir machen mal kurz nen Cut fuck alter Matthias was war ich alter